Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder in Fliff. Ich sehe gerade, wir kriegen Geld. Das machen wir natürlich direkt. 25.000. Ja, schadet nie. Wir sind jetzt hier gerade noch in Azria, wo wir netterweise gelevelt wurden. Und zwar auf ein ganz betrachtliches, nicht betrachtliches Level. Wir sind 59 inzwischen. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Und hier, wir haben jetzt auch schon hier schön noch ein schönes, kleines, süßes Pad. Ein kleines Baby-Ei-Bud. Ja, finde ich super. Dankeschön dafür nochmal. Aber das haben wir alles schon im letzten Part eigentlich geklärt. So, hier in diesem... Ja, hier eigentlich gibt es relativ wenig für mich zu tun. Ich habe hier noch ein kleines Scroll. Das dürfen wir eigentlich auch nicht verschwenden. Aber ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich hier wieder rauskomme. Äh, und leider weiß ich nicht genau wie. Aber irgendwie müsste man hier wieder rauskommen. Irgendwie. Kann man hier fliegen? Nö, fliegen kann man hier nicht. Oder backt's. Ach, es backt schon wieder. Ja, mei, das ist ja schön. Ähm, ach, verdammt. Okay, ähm, aber es passt eigentlich ja ganz gut. Dann gucke ich gleich auch nochmal nach, wie man hier schön wieder rauskommt. Oder beziehungsweise guck mir mal die Karte hier an. Denn die Karte gibt es hier ja leider auch nicht. Das gewählte Gebiet ist verdeckt. Nun gut, ähm, man kann nicht alles haben. Bis gleich. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das alles hier noch gescheit läuft. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht total verlaufe. Achso, kann ich jetzt fliegen? Ja, jetzt kann ich auch fliegen. So soll das sein. Okay, ja, also hier gibt es ja eigentlich nur Monster, die weitaus über meinem Level sind. Also ich glaube, ab 71 oder was gibt es hier Monster. Damit kann ich echt relativ wenig anfangen. Denn ich meine, was soll ich damit machen? Aber da hinten sieht es doch eigentlich aus wie ein Anfang. Eigentlich. Oder wie ein Ende. Das kann man sich jetzt so und so interpretieren. Aber ich würde sagen, es ist ein Anfang. Ich hoffe es einfach mal. Nö, nicht wirklich. Ist dann doch mehr so das Ende-Typ. Okay, ähm, ja, ich suche nochmal eben den Ausgang. Ich muss zudem, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Weil ich dachte irgendwie, dass es wäre einfach. War es dann aber irgendwie doch nicht so hundertprozentig ganz. So. Weil wir haben jetzt noch viel vor in diesem Part. Und zwar müssen wir ja natürlich einmal hier schön. Nein, das wäre die falsche Taste. Was ist denn das? Das würde ich auch nicht haben. Einmal noch zum Briefkasten. Ui. Hundert eins. Respekt. Respekt, Respekt. Ach, er wollte doch schon immer mal. Er wollte doch schon immer mal in die Gilde. Fällt mir dabei gerade ein, wenn ich den Namen hier lese. So. Dann können wir das auch noch gleich nebenbei so her machen, ne? Fliegen hier mit unserem schönen Auto. Wir bringen hier die Ninos latschen hier rum. Okay. Geh mal weg. So. Wo zum Teufel komme ich denn hier wieder raus, Mann? Ich habe eine ganz blöde und simple Idee zugleich. Ich bin gespannt, ob sie klappt. Ja. Ja, sie war simpler, als ich gedacht hätte. Aber es hat geklappt. Ja, schon wieder eine Erfahrung mehr gemacht. Und ich habe es selber rausgefunden. Ja, okay. So, jetzt sind wir hier schön. Flaris. Ah, wunderhübsch. Flaris, die Stadt der... Ja, was? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen gehfoul und fliegen. Deshalb jetzt erstmal zum Briefkasten. Und natürlich, weil wir unseren tollen Porsche hier zeigen wollen. Oder was weiß ich, was das für ein Auto ist. Auf jeden Fall ist ein Auto und das ist auch schon was wert hier. Zack. Tja, schön eingedriftet. Buffen könnten wir übrigens auch mal wieder. So. Und jetzt, hallo lieber Briefkasten. Ja, wir haben Post bekommen. Ähm. Also ja, dankeschön erstmal dafür. Das ist... Oh, das ist nicht... Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Was hat meins im Moment? Ah ja, das hat irgendwie mal, äh, ja. Locker 100 mehr. Das ist sehr, sehr gut. Hallo. Habe ich irgendwie noch Platz im Winter? Ich lasse jetzt einfach mal da rein. Ist ja geil. Okay. Ich lesen. Ich lesen. Ähm, erstmal was... Ah, nein, ich wollte doch nicht die Post. Ich wollte hier was einlagern. Ach ja. Okay. Irgendwelche Karten, die wir gerade nicht mehr brauchen. Die brauchen wir nicht. Scheiße. Die brauchen wir nicht. Wenigstens eine weniger. Okay. Äh, hier brauchen wir eigentlich auch beide. Also eins von den beiden brauchen wir nicht. Und was wird das hier sein? Warum benutze ich überhaupt das noch, wenn ich schon bessere habe? Ja, das ist auch wieder eine Frage, die ich mir selber leider nicht beantworten kann. Aber jetzt gehen wir erstmal ans Verkaufen. Handeln. So, was brauchen wir denn alles nicht? Ich hoffe, ich verkaufe jetzt nicht die wertvollsten Sachen. Ja, das verkaufen wir auf jeden Fall. Das hätte ich auch weggeschmissen, glaube ich. So, dann verkaufen wir dieses nette Ding hier, denn das brauchen wir auch nicht mehr. Und da haben wir jetzt Besseres. Das Schild, ja, das Schild ist gut. Der Ring. Der Ring. Was macht denn der Ring? Auf jeden Fall verkaufen wir nicht, denn der ist auch gut. Okay, ähm. Ich habe so verdammt wenig zu verkaufen. B. B ist doch eigentlich, naja. B geht doch, oder? Ich habe doch keine Ahnung hier. Mensch, also auf jeden Fall verkaufen wir noch die Tränke. Die Dinger verkaufen, können wir sie nicht. Wischen wir sie einfach. Ach, können wir auch nicht. Naja. Schließen. So. Nochmal einlagern. Noch was Schönes aufgefallen. Und zwar können wir, nein, nicht die, aber. Wir können doch die hier auch schon mal da reintun wieder. Ja, so. Hier habe ich ja schon Ewigkeiten einfach da rumliegen. Obwohl die mir eigentlich gar nichts bringen. So, die können aufeinander. Dann haben wir da auch noch ein bisschen. Warum können die nicht aufeinander? Ah, unterschiedlich. Ach, ja, ach, ja. Mann, gut. Warum sind die denn unterschiedlich? 170. Was war das da oben? Sag mal, ich habe drei verschiedene. Na, okay, finde ich aus. Okay, ähm. Ähm, da, 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 da. Haben sogar noch sauviel Pet-Futter. Also C, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und jetzt tue ich einfach mal, was tue ich da rein? Irgendwas muss ich doch da rein tun jetzt. Da tue ich jetzt die B rein. Well, das hat ja echt was gebracht hier. Da haben wir eine B, da haben wir eine C, da haben wir drei Cs. Ist mir doch jetzt egal, die verkaufe ich jetzt. Und da tue ich rein. Das schöne Ding. So. Hallo. Will nicht. Okay. Dann tue ich da was anderes rein. Auch in Ordnung. Das Board brauchen wir jetzt eigentlich fast auch nicht mehr, oder? Im Ernst, das können wir eigentlich auch verkaufen. Eigentlich, ja. Dann mülle ich es mir jetzt mit dem zu. Okay. So. So, und jetzt nochmal handeln. Oh, mein Gott. Ich weiß, das dauert gerade etwas wieder lang, aber muss leider auch manchmal sein. So, die ganzen Karten, ja, kommen weg. Jetzt kommt auch weg. So. Ähm, das Board. Wie viel kriege ich denn dafür? 40.000 nur. Ist da was? Tschüss. Ah. Bisschen Geld verschwendet. Nun gut. Muss auch mal sein. Und jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen Platz. Ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Und jetzt können wir auch nochmal die Post abrufen. Ja, ja. Also, Dankeschön für das nette Knuckle oder Hammer, oder was weiß ich, an 7Core84. Du bist angesprochen. Dankeschön. Ja. Und was machen wir jetzt? Richtig. Erstmal das schöne... Na, verdammt. 60. Da ist der Haken. Aber egal. Wir haben ja hier noch ein anderes. Und das rüsten wir jetzt erstmal aus. Zack, zack. Sehr schön. Jetzt wollen wir nochmal eben gucken. Ring. STR plus this. 6. Ah, den brauche ich eigentlich nicht. Den brauche ich eigentlich auch nicht so wirklich. Egal. Was haben wir denn noch? Die Ohrringe. Plus 12, plus 12, plus 10. Ha. Ja, das ist natürlich schade. Ach, der hat gar nichts. Der hat plus gar nichts. Naja. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Und dann würde ich sagen, wisst ihr, was ich jetzt mache? Das, was ich eigentlich immer machen soll. Und zwar, ich blingwinge mich. Also teleporte mich. Und nicht, dass ich da hinfliege. Ja, ich weiß. Das wünschen sich schon einige ziemlich lang. Und ich komme jetzt endlich mal dazu. Ah, da kommt zwei. Liebe Questverwaltung, wo treibst du dich rum? Einfach mal eine Runde Autofliegen hier. So, wird sich schon finden. So, da haben wir es doch. Und wir haben natürlich zehn neue Quests. Eine davon können wir sicherlich abgeben. Und das ist die nette mit denen hier. Mit denen, mit denen. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Okay, auf jeden Fall. Neue Quests. Ach, du Scheiße. Okay, 53. So, ähm, Steamwalker. Ach nee, Steam-Tierbraucher. Ja, ja. Okay. Ja, ja, das haben wir ja schon. Rotes Halstuch. Wir nehmen jetzt einfach mal alles an und gucken uns dann gleich an, was wir machen sollen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ist klar, ist klar, ist klar. Okay, okay. So. Eine können wir schon wieder abgeben. Bringt das uns überhaupt was? Das bin ich jetzt gespannt. Ich habe eigentlich 0%. Wow. Immerhin, immerhin. Immerhin noch 6%. Immerhin. Besser als nichts. So. Jut. Jut, jut, jut. Hier wäre auch ein Briefkasten gewesen. Aber egal. So. Jetzt wollen wir eben mal gucken. Wobei, wir können das schon mal auf den Weg machen. Und zwar... Moment, ich will nicht in die Stadt, sondern in die Region. Und zwar Darkon 1, 2. Ja, die Richtung stimmt schon mal, in die ich versuche zu fliegen. Nämlich hier irgendwo, so muss ich hin. Weil ich habe ja auch noch die Lord Bang. Lord Bang Quest, falls die noch jemandem mal was sagt. So. Klar ist, was war denn das? Egal, das machen wir irgendwann anders oder gar nicht mehr. Äh, Token. Was war das? Keine Ahnung mehr. Elite, Murano. Ah, okay, das war das. Okay. Event. Da haben wir es doch. So. Den lassen wir uns jetzt schön anzeigen. Sehr schön. Den töten wir jetzt. Das dürft ihr vielleicht auch mal hinkriegen. Und jetzt gucken wir mal eben nach dem Verwalter. Und ich fliege dir gegen jeden Dreck, der hier rumhängt. Warum hängt hier auch so viel Dreck rum, ist die Frage. So. Aber es sieht cool aus. Muss man sagen, dass man hier auch langlaufen kann. Finde ich cool. Ähm, Toma. Das war Toma. Aha. Okay. Habe ich noch nie gehört. Viel. Okay. Okay. Also auf jeden Fall gibt es viele Quests noch zu tun. Die sehen auch mal cool aus. Welches Level sind die denn? Da ist einer aggressiv. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt rausfinden will, welches Level die sind. Ist ja, ein bisschen zu hoch. Ein ganzes bisschen. So, und um die 10 Level zu hoch. Aber auf jeden Fall sieht es hier cool aus. Und ich muss wohin? Ach, scheiße. Warum hat mir das wieder ausgeblendet? Wahrscheinlich bringt mir das gar nichts mehr. Ich weiß. Ich weiß nicht was. Ah, geh doch weg alle. Hier, Hilfe. So, da muss ich hin. Da will ich jetzt auch hin. Verdammt nochmal. So schwer kann es doch nicht sein. Und ich fliege. Und ich fliege. Und ich fliege. Und ich fliege. Und ich gucke auf die Uhr und sehe, dass es schon wieder fast rum ist. Was? Okay. Ja, egal. Wir haben uns auf den neuesten Stand gebracht. Das ist auch echt wieder was wert. Finde ich. Weil, wenn man vor allem eben längere Zeit nicht so viel macht. Ist das doch manchmal echt extrem. Was man alles verpennt. Also von wegen so Quests oder so. So, jetzt wollen wir eben gucken, welches Level der nette Herr hier ist. Und der ist Level. Level 4 und Level 1. Oh. So. Hallo, Herr Level 40er. Hallo C. Also, der ist eigentlich nur sau viel Leben. Ich weiß nicht, ob ihr meine Flip Parts alle geguckt habt. Vielleicht kennt noch ein oder andere dieses nette Hühnchen. Dieses Kackhuhn in diesem Dungeon in St. Morning. Die so dermaßen aufregen. Das gibt es echt nicht. Und ja, das ist hier circa das gleiche. Der Typ zieht einem zwar jetzt schon gar nichts mehr ab, sodass ich gar nichts essen muss oder so. Ähm, aber es nervt einfach so. So, jetzt holen wir auf jeden Fall unser Eibert hier raus. Hallo. Hallo. Ja. Okay, hä, was ist denn das alles? Was ist denn das alles? Wir haben ihn noch nie gesehen. Okay. Das ist aber bei den anderen nicht so, oder? Moment mal eben. Jetzt ist mein Little Zombie da irgendwo, oder nicht? Jetzt ist er da. Mr. Zombie, Little Zombie. Okay, cool. Okay, und jetzt ist noch mein Soccer Ball Angel da. Aber bei allen ist es nicht so wie hier. Was ist denn das hier? Die HP. Alles Spiel, das vorige... Ah, cool. Das ist doch cool. Was ist das? Haja, das ist doch alles cool. Das gefällt mir doch sehr. Und ich drücke mal wieder C, denn das gefällt mir auch sehr. Haja, das ist auf jeden Fall cool. Ich stecke es aber wieder ein, denn irgendwie brauche ich es im Moment nicht. Diese Hörner hier, das sieht auch mal irgendwie komisch aus. Insgesamt, mein ganzes Outfit passt irgendwie alles nicht zusammen, oder? Irgendwie, Pan, ha, nee. Kann man echt beim besten Willen eigentlich nicht behaupten, dass das so super zusammenpasst. So, ich frage die nochmal eben an hier. Auch wenn ich doch noch in die Gilde will. Kann ich das nicht von hier? Das ist ja geil. Der ist halt leider gerade ablesend. Naja, was soll's, was soll's. Klappt das halt leider dieses Mal wieder nicht. So, und jetzt verbrate ich erstmal so einen schönen Trank hier. Es hat schon geklingelt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hallo. Sammle mal meine Sachen hier auf. So, und in... Wow. Jetzt hat's ihn aber weggehauen. Hä? Wie verschwindet der hier gleich wieder? Oder? Zack und weg. Naja, komisch, komisch. So ist es aber. Und, äh, C. C muss er. Oh, Kacke, ich wollte eigentlich gerne zwei trinken. Egal. Was soll's. Ich will den Typ ja auch endlich besiegen. Eigentlich relativ schnell. Deswegen drücke ich jetzt noch Ewigkeit in die Null. Aber er hat mir schon ein bisschen Leben abgezogen. Schon ein bisschen, ja. Besser als nichts. Aber egal, auf jeden Fall kriegen wir ihn tot. Also ihr hättet gesehen, hätte ich das mit Level 40 gemacht, äh, sähe das Ganze etwas anders aus. Ich glaub, da ständig noch in Jahren dran. Und würde ständig hier mir Essen reinschieben. Aber so läuft das doch ganz gut. Und jetzt sind die letzten Schläge hier. Zack, 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 zack. Und fertig. So, jetzt sammle ich noch ein bisschen Geld hier ein. Geld schadet nie. Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt. Ich habe zwar nur 140 Millionen. Okay. Ja, ich bin echt reich. Ich weiß. So, aber wisst ihr, was jetzt cool aussieht? So, zum Ende des Parts. Wow, scheiße. Guck mal, das ist doch verwirrend hier. So, ich will aber perfekt in die Mitte. Aber das Blöde ist, der driftet immer noch so. Egal, ich sage einfach, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt zwar ein bisschen weniger Part, wo man was gemacht hat. Aber, ja, man musste halt auch mal wieder auf den neuesten Stand kommen. Danke auf jeden Fall hier für das nette Knuckle. Ist sehr cool. Leider kann ich es noch nicht verwenden. Aber das kommt auch noch. Ist ja nur noch ein Level. Ist ja echt nur noch ein Level. Und das kriegen wir auch noch hin. Wir brauchen nur noch 94%. Also, die werden wir auch noch schaffen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.